Hallo meine lieben Freunde Hier sehtet ihr bei Slender die 8 Pages Ich hab das Spiel noch nie gespielt und wir haben es hier mit Facecam wie ihr seht und wir fangen jetzt einfach mal an Warte ich hab jetzt einen fahrlich ey fuck Es ist kurze 12 mitten in der Nacht wenn ich viel Slender Gucken wie das Intro ist Slender Game What the heck Fuck Ich hab keine Ahnung wie das Spiel geht Ich bin wirklich zum allerersten Mal ich weiß nur man muss Sachen von ihnen cool Oh Sinnfall Wichtig 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 ja hier ist doch irgendwo was scheiße die atmosphäre ist echt wesertig muss ich jetzt ehrlich sagen die atmosphäre hier so mit dem spiel ist echt bilder die grafik gut über die kannst du die kannst draufschreißen die grafik hast du draufschreißen die atmosphäre im spiel ist echt greifvoll das ist jetzt richtig laut weiter auch toll aus geile grafik ich panik was war jetzt das scheiße was ist das jetzt was ist das jetzt was ist das ich will weg hier scheiße was ist das kacke man ich habe gerade so panik ich rede auch nicht hier weil das spiel mir echt gerade jetzt vermitteln ich bin eigentlich weil das spiel nicht gerade der allergrößte schisser aber worden spieler schon recht herzlich nicht alter studie das war wohl mal gehört zumal ich habe keinen plan ist schön dreckig hier alle schön weiß gezielt und so übrigens dass man sich da links oben in der ecke sieht das ist meine frame rate also wie schnell ist quasi läuft so lang eigentlich was hämmert denn da so man nervt das herr schwarz dass meine lampe reichen wird durchkommt da ist wohl irgendwas in die luft gegangen der dreck sieht auch toll aus wir haben anscheinend stöckelschuhe an wir sind eine pussy oder wir sind minimal schwul naja wieder so ein leerer raum was zur helle hämmert denn da so ich kann nicht dass ich mich jetzt nur so rund ist gelaufen wir laufen mal wieder fuck man scheiße man was zur helle war denn fuck fuck alter war voll die panik hier gibt's ja nicht ja da sind wir wohl das erste mal mit das länder begegnet äh also ich hab ich hab natürlich die spieldinger zu den dingen zu bewerfen oder die Bewertung zum klären Schott sich ja zu zahlen die beklemmende Atmosphäre bla 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 und ich sage ich habe den Leuten kein Wort geglaubt null jetzt zock ich das hier selber auch nicht mehr gerade dass ich mir kurz bevor ich mich in die Rose zu scheißen muss ich sagen ey kranke kacke ich bin jetzt kurz davor aufzubringen ich hab das gerade echt nicht es ist viel zu spät wenn man scheiße ist die macht mich fertig also hier bist jetzt keine neuen Papiere gefunden aber gesehen haben wir unseren Slenderman bereits ähm ich glaube ihr habt es bereits schon mitgekriegt dass Slender The Eight Pages ein kleines Horrorspiel ist wobei ich nur darum geht wirklich auch die Stücke zu finden und das ist natürlich die Frage ja wie und wo finden wir kein ich hab ich doch nur noch ich will mich eigentlich auch gar nicht umdrehen weil ich jetzt so viel zu weit nicht umdrehen steht hinter mir seiner das ist das Lender Man und das ist schon wieder für einen Scheiß so der Arcte Triumph aus Frankreich so was auch Frankreich geboren hat fuck man hab ich mich grad geschafft geht da jetzt rein oder ich geh da jetzt rein oder ja ich bleibe ich lieber im Spiel irgendwie als das Gefühl wenn ich glaube dass es in dem Spiel dumm ist stehen zu bleiben deswegen bleibe ich jetzt hier auch nicht stehen ich bin einfach nur noch am Laufen heiße man wo sind denn die ganzen Sachen hier und über die Grafik kann man echt meckern oder über die Meckere ich auch aber vom Spielding her ist das bösartig das ist echt bösartig Leute das ist echt krank das ist mal so richtig asozial keine Ahnung da war doch schon wieder was die ganzen Wolken sind irgendwie aus wenn es fährt so auf die Totenköpfe und Alter das geht ja mal gar nicht hier was für eine Scheiße sind das schon gedacht ich will mich nicht um ich werde mich nicht umdrehen ich hab da echt Schuss vor ich pack das gar echt nicht ah das Spiel selber ist echt übelst hart vor kann mir man jetzt sagen was man will auf jeden Fall das Spiel selber ist echt krank ähm macht zwar jetzt schon tierisch Bock aber ich hab keine Ahnung wo ich hin muss aber ich bin natürlich vollkommen zurückgelaufen war ja klar ich glaube erst mal gegen Bäume ich hoffe ich laufe erst nicht rein weil ich es gibt wie glaub das Lindermänner auf uns wartet ich hab da mit einem oder aufgetaucht ist alter Alter das wird immer lauter da wo muss ich eigentlich hin hab ich keine Ahnung wo die so scheiß Papierdinger sind ich laufe wie ein wie ein Bock durch die Gegend besuche irgendwas zu finden aber verlaufen ich wahrscheinlich hab keine Ahnung wo ich bin ich weiß nicht wo ich schon war und ehrlich gesagt ich hab doch ich hab mir verlaufen scheiße man was ist mir jetzt los was war denn das jetzt was hält der mir oder was das scheiße man das ist mir jetzt echt fuck man Alter was ist denn hier los scheiße man was lärmt denn da so was ist denn da ich pack das grad voll nicht das ist viel zu spät für das Drecksgame ich hab's übrigens absichtlich das Licht ausgemacht damit ich ihn nicht sehen muss so weil das hilft anscheinend wenn man das was ist denn da ich werde gefickt hier Alte oh fuck Scheiße man Scheiße Ach du Scheiße Du stopp mit einem mal vor mir Fuck man Das ist schon übel, das ist richtig übel Na gut, wir probieren es nochmal Ah, sind wir gerade ziemlich verreckt Das war Runde Nummer 1 von Slender Wir werden es auf jeden Fall noch ein paar Mal öfter spielen, aber heute reicht es mir Ähm Wir gucken uns nochmal kurz die Extras an Ja Haben wir noch nicht freigeschaltet, super Also Das war Rund, das war Number 1 von Slender Äh, Slender Ich kann schon gar nicht mehr reden, das ist Alter, das hat mich gerade voll geschockt mit einem mal statt der vor mir Mit einem mal war der vor mir Immer eine Freude, das war es erstmal für heute Wir sehen uns irgendwann mal wieder Ciao